Polizeiberichte Berlin 30. März 2024 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Motorradfahrer bei Unfall verletzt Polizeimeldung vom 30.03.2024 Charlottenburg-Wilmersdorf Nummer 0656 Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Westend ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 40-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem Toyota in der Heerstraße in Richtung Theodor-Heuss-Platz unterwegs. An der Kastanienallee bog er dann nach links ab und fuhr den links neben ihm fahrenden 55 Jahre alten Zweiradfahrer an. Dieser wurde in der Folge der Kollision durch die Luft beschleudert, rutschte über die Fahrbahn und kam dann zum Liegen. Eine 33-jährige Zeugin sowie hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den Motorradfahrer zunächst am Ort. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung mit Arm-, Bein- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2, West, hat die Ermittlungen übernommen. Bericht Homophobe Beleidigung Polizeimeldung vom 30.03.2024 Marzahn-Hellersdorf Nummer 0657 Gestern Abend sollen ein Mann und ein Jugendlicher in Marzahn homophob beleidigt worden sein. Nach Angaben des 39-Jährigen war er gegen 20 Uhr gemeinsam mit einem 17-Jährigen Bekannten auf dem Weg zur Tram-Haltestelle Marzahner Promenade, als sie von einem 40-jährigen Mann, der ebenfalls auf dem Weg zur Haltestelle war, homophob beschimpft worden sein sollen. Beim gemeinsamen Warten auf die Straßenbahn habe der Tatverdächtige die beiden dann unentwegt weiter beleidigt und soll im Anschluss eine verfassungsfeindliche Parole gerufen haben. Gegenüber den alarmierten Einsatzkräften räumte der Tatverdächtige die Tat ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg wieder fortsetzen. Ein Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht, Ehepaar angriffen und verletzt Polizeimeldung vom 30.03.2024 Mitte Nummer 0658 In Gesundbrunnen wurde in der vergangenen frühen Nacht ein Ehepaar angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die 38-Jährige und ihr 34 Jahre alter Ehemann gegen 22.10 Uhr in der Prinzenallee Höhe Osloer Straße, als drei Unbekannte auf E-Skutern an ihnen vorbeifuhren und den Mann beschimpften. In Höhe Biesenthaler Straße sprach der Ehemann die Tatverdächtigen dann auf die Beleidigung an. Daraufhin ergriff ihn einer der Tatverdächtigen sofort von hinten und hielt ihn fest, währenddessen die anderen beiden Mittäter ihn mit Fäusten ins Gesicht schlugen und ihm Kniestöße in den Oberkörper versetzten. Als die Ehefrau ihrem Mann helfen wollte, attackierten sie zwei Tatverdächtige mit Schlägen. Anschließend flüchteten die Angreifer. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Ehepaar in eine Klinik, die beide nach ärztlichen Versorgungen wieder verlassen konnten. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 1, Nord, übernommen. Bericht, Beifahrerin und Autofahrer bei Unfall verletzt, mehrere beschädigte Autos. Polizeimeldung vom 30.03.2024 Charlottenburg-Wilmersdorf Nummer 0659 Eine Beifahrerin und ein Autofahrer sind in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall in Schmagendorf verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 29-Jährige gegen 2.35 Uhr mit einem Mercedes zunächst die Warnemünder Straße in Richtung Hohenzollerndamm. Dabei soll er beim Geradeausfahren über die Breite Straße in die Berkaer Straße sehr schnell gefahren sein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Toyota. Dabei wurden auch ein geparkter Dacia und ein geparkter Renault beschädigt. Anschließend geriet der 29-Jährige mit dem Mercedes auf die andere Fahrbahnseite und fuhr dort gegen einen geparkten Transporter sowie einen Mazda. Ebenfalls wurde ein geparkter Opel bei dem Unfall beschädigt. Der Autofahrer, der Kopfverletzungen erlitten hatte und seine gleichaltrige Beifahrerin, die sich Beinverletzungen zugezogen hatte, kamen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Der Autofahrer stand während des Unfalls offenbar unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde Blut abgenommen und Polizeikräfte beschlagnahmten seinen Führerschein. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West, hat die Ermittlungen übernommen. Bericht Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen Polizeimeldung vom 30.03.2024 Lichtenberg Nummer 0660 Gestern Nachmittag soll es in Lichtenberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 18 und 26 Jahren gegen 17 Uhr in der Herzbergstraße von einer größeren Personengruppe angegriffen worden sein. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Angegriffenen einen der mutmaßlichen Angreifer im Alter von 23 Jahren mit einer Schere bedroht haben. Der 23-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei und die beiden Männer flüchteten. Einsatzkräfte stellten kurz darauf die Flüchtenden in der Nähe fest und überprüften sie. Keiner der Männer wies Verletzungen auf. Während der 26-Jährige zur Klärung seiner Identität in einen Gewahrsam gebracht und im Anschluss von dort entlassen wurde, konnten der 18- und der 23-Jährige nach Personalienfeststellungen am Ort ihre Wege fortsetzen. Die noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017